Hallo Heuerweikings und heute mit rechten Artikeln, willkommen auf meinem Rosting-Kanal und seinem kleinen Indie-Horrorspielchen. Heute spielen wir zusammen Expedition. Expedition. Na dann wollen wir mal schauen wo uns diese Expedition hinführen wird. Ist mir die Unity-Engine gemacht. 131 Miskatonic, Massachusetts. Universität Lounge and X-ray. William Dyer, one of the head scientists. Part is waiting. I am soon on. I could get you away. I wasn't scared. I was able to get you away. I was able to get you away. I can trust you. I will go. I can trust you, man is still me. I can trust you. I can trust you, man. Expedition Wow Was für ein cooles Intro Für Unity Engine Hallo Cooler Story What? Oh, das ist immer richtig Dann gehen wir mal hinein Wow Jesus The sea The ground Ah, es ist cool Was für eine Atmosphäre Würdet ihr in so eine Höhle reingehen, Leute? Also, ich im Leben nicht Nein Gehst du rein, kommst nicht mehr raus Nein, nein, nein Nein, nein, nein Man hat ja genug hoher Filme Mit so einem Genre Äh, äh, um so Sachen gesehen Hold left click to push and pull Ich hab ja auch nie Entschuldigung Was für eine Atmosphäre Die Höhle Ich hab ja den Weg von versperrt. Ah, da muss man hochsteigen. Hochsteigen. Es geht nämlich hier oben weiter. Ich bin hier oben. What the hell? Ich könnte die Kinder überlegen. What the hell? Ja. Was ist dahinter? Ich war gar nicht dran denken, Leute. Ich hab... So ein Kribbeln. Cool. Und es sieht verdammt gut aus, Leute. Für mich? Ich find's verdammt gut. Also mir macht's riesig Spaß. Was war das? Das kann man nicht verstecken. Das sieht so verdammt gut aus. Alter hat Flasche vielleicht. Nee. Wir können uns also verstecken. Leben her sabem. Hä?! Da geht's doch keine Spiele Mal. Sind wir da hergekommen? Wir sind von da gekommen. Ich hab mich jetzt super verlaufen. Hier ist ein Tonker. Ich habe fast kein Licht mehr. Habe ich ein Inventory? Ich habe gar kein Inventory. Ich brauche Öl, unbedingt Öl. Was war das für ein Viech? Jesus Christ, diese Atmosphäre ist so beklemmend. Ich höre mich alt. Jesus Christus. Was ist das? Ich kriege gleich da hin. Ich kriege gleich da hin, von Leiden. Was war das? Was war das? Was ist das? Ich gucke euch jetzt mal an. Das ist nur mal einer. Es sind zwei. Der eine steht aber noch da. Was ist denn das für ein Knubbel? Ich gucke euch hoch. Ich gucke euch hoch. Wie ist das? Oh, komm mal hier hin. Was ist das? Die leben da unten. Ich muss die Luft anhalten, Leute. Bücher. Die Luft anhalten. Die Luft anhalten. Die Luft anhalten. Mit der Luft anhalten. Ich gucke. Ich gucke, ich muss nicht alles von vorne machen. Nein! Alles ernsthaft? Ich probiere es nochmal. aber das ist wirklich ein cooles spielchen so wow man kommt an denen vorbei wenn man die luft hier waren wir doch kein öl wir kommen hier weiter machen wir hier mal run baby run wir nehmen natürlich das öl nochmal ist ja klar ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller wie blöd kann ein mensch sein aber ich würde sagen ich komme jetzt mal zum ende ich überlege mir grad soll ich einen mehr teiler machen ich mache einen mehr teiler ich werde es nochmal spielen also den zweiten part wird es auf jeden fall nochmal geben wo ich es nochmal probieren werde mit expedition weil ich finde das spiel richtig cool und es macht vor allem spaß und sieht verdammt gut aus für eine unity engine wow ich bin begeistert von dem spielchen macht spaß ich bedanke mich auf jeden fall bei euch für das zusehen würde mich freuen wenn er wieder einschalten würde auf meinem rosti-kanal bitte bewerten dieses video schreibt was in die kommentare aktiviere die glocke und falls ihr noch kein abo habt wenn du aufs description drücken press the hate button to subscribe ansonsten genieße das leben und schau live habt spaß miteinander verhause nicht und bis zum nächsten mal bei unserer expedition ich habe schon mit ihren fingerliger und euer rosti-kanal thank you and goodbye goodbye goodnight see you